so weiter geht es mit von shop und wir gehen heute zum sehtag zum sehtag bald das haben wir doch alle oder nicht ach so das sind die 600.000 und ja auch gut also zweimal dürfen wir noch hier fehlt es gerade noch ganz viel also hier haben wir noch nicht hier fehlt noch gar nicht gemacht also weniger das haben wir noch nicht gemacht der sonnberg haben wir abgearbeitet die gula grunde für so einer wir finden es noch zwei ach so da habe ich erst zurück ok Patrick haben wir auch geschlagen den sehtrocknen wir brauchen 61 habe ich das richtig gesagt dass wir noch ein level danach haben ja alles andere haben wir ja es ist nur das friedtuch der friedtuch des fliegenden alles andere haben wir ja erledigt also heute geht es weiter auf jeden Fall mit dem oder zumindest jetzt geht es weiter mit da ist es sehr gut dann bist du da oben ist ja ok das ist jetzt unwichtig ich habe eine aufgabe bei der er mir bestimmt helfen kann gut Patrick finden aber wir werden erstmal die maschine da oben zerlegen weil bis vor die uns jetzt wieder ein neues ding spawnt neue roboter spawnt wir haben jetzt um die zur krebs geht ich versuche drei stein tickis auf diesen sockel zurückzustellen damit ich über diese brücke zur seetang höhle komme da drin könnten kunden sein ich habe drei tickis in dieser gegend gesehen aber mein altes hirn hat keine idee wie ich sie hierher bringen könnte darf ich es probieren klar warum nicht unterhaltung ist immer gut sollte es klappen gibt es da oben einen goldenen pfannenwender für dich ach du liebe güte mr krabs ich schaue was ich tun kann so ok juhu los geht's noch mal eins das wäre eh zu einfach alles ich guck gerade nur ein bisschen durch also er hat drei tickis hat er ja gesehen erst noch mal schon da stehen kaputt das war keine absicht so muss gerade überlegen das war ein manager wir sind ja nicht mit spongebot unterwegs ok gut zu wissen naja gut ok der kommt aber nicht an oder ich habe zumindest jetzt nicht so das war keine absicht ein bisschen zu kurz gesprungen haben wir den jetzt wieder zurück gesetzt bekommen oder ja klappe ja also jetzt muss ich tatsächlich wieder zurück oder was gut dann wir sind klappe da ich muss ja mit der rakete da oben keine und aber klappe da da hinten ist noch der okay so gut haben wir doch irgendwas was was ich jetzt wissen muss ich würde jetzt gerne, warte mal ich muss ja ein bisschen wegschießen und noch ein Zeugs, ne? Komme ich da so ran? Ranger? Da komme ich sogar ran von hier. Oh, da bin ich so. So, der ist schon mal Geschichte. Warte mal. So rumfleucht und kreucht. Ich muss mal gerade was durchgucken. Zwischendurch muss ich mal ein bisschen was Dinge gucken. Warte mal. Ach, da unten ist doch jeder. Den habe ich jetzt gesucht die ganze Zeit. So, gut. Jetzt darf ich nicht daneben springen, weil sonst muss ich das nochmal neu machen. Deswegen werden wir uns gerade... Ich habe jetzt ein bisschen Dinge nochmal vorgearbeitet. Sorry, dass ich das zwischendurch einfach mal mache. Ja, wer damit. Und jetzt müssen wir mit Patrick... Am besten da rüber springen. Jetzt darf ich die ganze Scheiße nochmal neu machen, weil jetzt wollen wir da einfach fischen. Ich mache das jetzt nicht alles nochmal. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich da rüberkomme, oder was? Soll ich da noch hinkommen? Soll ich da noch hinkommen? Soll ich da noch hinkommen? Ach, Mist. Ja, gut, im Jahr ist halt im See entfrieren, aber... Mein Gott, haben wir es hier jetzt, oder was? So. Ich komme da rüber. Nee, komme ich nicht, das ist zu tief. Okay. Ja, ich bin sehr gut. So. Aber drei Tickies muss er haben. Warte mal, ich muss gerade ein bisschen durchgucken, ob ich hier irgendwo noch einen Tickie habe. Da ist auch eine frische Box. Hä? Ja, ich muss... Wenn ich die scheißvieh, das scheißvieh, die ganze Zeit möchte... oh ja also gut das ist gar nicht so schlecht nein ist gerade nicht so einfach klappe jetzt machen ja klar die scheißmaschine ja mann ich bringe zu fein Ja, dann halt wieder zurück. Mann, ich komm zu, das Problem ist, wenn der noch mal springen will, wenn der da springen wird, ey, wenn du brauchst ja, ich muss gerade herab jetzt von mir. Ja, ich liebe es, wenn du da einmal reinsprichst. Das muss unterbrochen, jetzt werde ich dir etwas brechen. Kaboom! Und viel besser. So, jetzt haben wir zumindest ein bisschen was Luft. So, jetzt geht die scheiß Käfig hoch. Jetzt muss ich gucken, dass ich da mal... Na gut, es ist noch eine gewisse Zeit. Super! Oh, oh, der macht gleich bock! Aus! Ich muss hier wieder zurück jetzt. Kautausau-Sauce! Okay, gut, aber gut, okay. Wie kriegen wir den? Kann ich von da irgendwie was holen? Da unten wäre jetzt ja ein weiterer... Nee, das ist aber zu weit, oder? Ab jetzt von mir! Klappe jetzt da unten! So, dann füllen wir den mal wieder! So, ob ich die Luft hab! Ich bin da! Ich bin da! Begrüß, meinen kleinen Bladenfreund! So, Geschichte! Und da wollen wir jetzt wahrscheinlich keinen kriegen, ne? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir zu Patrick gehen. Wir sind wirklich nicht so weitergeraut, aber eine jetzt halt! Oh, da stehen da hinten noch welche? Wahrscheinlich nicht, oder? Oha! Was ist das hier? Seetank, Wald. Da kommen wir gerade her, okay. Da kommen wir gerade her. Also müssen wir gucken, dass wir wo... Wo haben wir jetzt hier noch? Ja, das kann man nicht knicken, oder? Mit dem Ding in der Hand da hoch zu springen? Das glaube ich ja weniger. Das wäre eine Idee vielleicht. Aber das muss auf Anhieb klappen. Aber kommen wir da... Warte mal. Ich überlege, da unten ist ja noch außer auch einer. Aber wenn der aber stirbt, dann stirbt der ja auch. Dann ist es... Ja, natürlich. So viel zum Thema. Also ich bin gerade ein bisschen immer fragt fürs Machen. Was ist jetzt? Oh oh, ich darf nicht zu nah ran. Ja, du darfst aber nicht da... Ja, du darfst aber nicht da... Ja, du darfst aber nicht da... Dann soll. Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, mein Ranger habe ich das nächste Nähe geholt. Ja, mein Checkpoint, du hast einen Camper gefunden. Cool. Die Aufgabe von uns ist Puff. So, okay. Ich muss überlegen, wie kommen wir jetzt weiter? Ja, so viel zum Thema, aber ich habe einen Checkpoint. Das ist das Wichtigste. Wir sind schon mal weiter. Oder? Ja. Braves Händchen! Mach auf, auf! So. Jetzt muss ich überlegen, wie machen wir es? Da oben wäre noch ein... Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Oh. Okay, das war jetzt nicht der Gedanke dahinter. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Auf! Muss! Knopf! Drücken! Kann! Nicht! Aufhören! Ich wollte gerade sagen. Krieg ich denn da hin? Wie weit komme ich da zurück, Holmer? Das ist ein Camper? Ich kann doch nicht springen da mit dem Ding, oder nicht? Nein, da schaue ich doch niemals. Also jetzt ohne Spaß, also ich würde ja am liebsten wieder da rüber mit dem Ding. Nein, das habe ich nicht. Warte mal, ich überlege gerade, wie wir es weitergehen. Da unten wäre eine Möglichkeit, das Eis... Jetzt hätte ich das Ding runter, das Eis einfrieren und das Teil holen. Aber ich komme dann wieder hoch. Wie soll ich denn da hochkriegen? Rotesiro? Super, Wasser! Jetzt packen uns an. Das schwöre ich doch nicht, niemals. Ich habe jetzt irgendwas aktiviert irgendwie, ja, nur willkürlich. So, ich weiß, wie soll ich das denn schaffen, das Ding darüber? Aber ohne Spaß, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen, zur Hölle? Ja, das Ding da hinzukriegen ist schon total ein Pipi-Fax, aber das ist halt... Da muss ich ja noch rüberkriegen, wie soll ich denn da rüberkriegen? Ich kann doch noch einschmeißen in die Kiste, ja. 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 Die kriegt doch nicht da rein, oder? Die Kiste geworfen kriegt. Hier muss ich ja... Warte mal, ich muss ja mehr oder weniger da rüber, mit dem Ding. Na, nicht ganz. Das wäre doch zu einfach. Warte mal. Warte mal. Ne, du brauchst mich nicht da vor. Ja. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich den über die Kiste getoppt bekommen, oder? Das war ein bisschen weit. Wie viele davon muss ich denn tragen? Soll ich den wieder lehnen kriegen? ohne spaß jetzt ich muss doch ein zweiter kommt doch niemand mit dem ding darüber natürlich muss ich ja da hoch ich habe den großen glänzenden knopf gedrückt das ist doch nicht wahr also wieso ich das denn da hinkriegen ich muss ja die aufgabe ich will die aufgabe ja schaffen ich kann doch nicht rein ich kann doch mit dem ding gespringen ich habe niemals keine ahnung ich habe keinen plan wie das geht ich weiß es richtig wie soll ich das schaffen zu hell das definitiv weiß ich nicht weiß nicht wie es machen soll es angehen soll ich muss ja die teilen müssen drei stück davon holen ich bin ja schon gewesen aber ich komme nicht darüber das ist das problem an der sache kann ich immer weiter langsam gehen kaputt da ist ja ja da so was soll man hier das tod zu öffnen ich weiß nicht wie ich das ding schaffe oder es hat irgendwie sein näheren sinn ist jetzt wieder irgendwas zum 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 ding okay und da müssen wir erstmal alles öffnen um die aufgabe zu schaffen gut finden wir in der nächsten folge raus und dieses vlog gibt es tschüss bis dann an oh oke we 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 Mcg Vielen Dank.